Carolinensiel war lange Zeit der wichtigste Hafen im nördlichen Ostfriesland. Frachtsegler luden Getreide und Gemüse aus der Marsch. Sie brachten Steine und Kohle aus Skandinavien und England. Heute ist der ganze Hafen ein Museum. Lebendigen Hafenalltag erlebt man in Neuharlinger-Siel. Der salzige Wind, der hier um die alten Giebel weht, trocknet noch heute die Fischernetze. Der Ort ist die Heimat einer kleinen Flotte von Krabbenkuttern und zugleich Fährhafen. Eine von mehreren Verbindungen zu den ostfriesischen Inseln. Fischer, Händler und Schmuggler. Das war gerade Fischerei auf sich, die muss man immer freundlich grüßen sonst. Nein, eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Kannst du mich auch nicht voll machen. Einmal noch die Krabben für den Verkauf auffüllen, dann endet Jens Arbeitstag. Zur Belohnung gibt es keine Krabben. Meistens, wenn mein Mann vom See kommt und er mir Krabben bringt, kriegt er auch ein leckeres Brötchen. Das ist mein Lohn. Einmal mit Frikadelle. Krabbenbrötchen kriegen, das ist so teuer. Die Krabben sind so teuer, ich krieg immer Frikadellenbrötchen, aber die ist auch sehr lecker. Die Krabben sind so teuer. Die Krabben sind so teuer. Danke, Sir. So, Hafenrundgang. Gemacht. Krabbenbrötchen. Gegessen. Meerwasser. Getrunken. Fehlt eigentlich nur noch eins, um aus mir einen echten Ostfriesen zu machen. Ich muss auf einem Krabbenkutter Krabben fangen. Im Hafen werde ich von Kapitän Heinz Steffens erwartet. Er ist Käpt'n auf dem Krabbenkutter Möwe und fährt seit 39 Jahren zur See. Da sollte ich doch was lernen können. Moin. Moin, Lutz. Ich bin bereit, kann losgehen. Aber doch nicht so, wir sind doch nicht am Kahn über dir. Ich wollte halt so aussehen wie so ein Kutterkapitän, nicht? Siehst du, wie das aussieht? Zieh mich halt nochmal um, ne? Ja. Bis gleich. Seid toll. So, Käpt'n, darf ich jetzt? Ja, so sieht das besser aus. Dankeschön. Oh, okay. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ne? Und jetzt gibst du hier ein bisschen Gas. Okay, nach vorne? Einmal so ein bisschen nach vorne, ja. Und gleich ein bisschen mehr Steuerbord. Steuerbord ist mal rechts, ne? Das ist rechts, ja. Einmal ein bisschen Steuerbord, ne? Ja. Das sieht doch schon mal gut aus bei dir. Ja, oder? So schlecht ist es nicht. Nö. Heute geht's hier auf Krabbenjagd. Bin relativ aufgeregt. Bist du aufgeregt? Von jeder Ausfahrt ist man aufgeregt. Jetzt wirklich? Ja. Aber heute hast du ja mich dabei. Ja, darum. Da kann ja nichts schief gehen, ne? Ja, aber hoffen wir mal. Ja. Was hältst du denn davon, wenn ich, also wenn du mal nach meinem Gespür gehst, wo die Krabben sind? Das können wir ausprobieren. Ich würde sagen, hier sind die Krabben. Ja, dann probieren wir das. Dann krieg ich aber die Hälfte ab, ne? Krieg ich die Hälfte ab. Alle auf ein Brötchen. Jetzt gucken wir erstmal das Netz nach, ob da irgendwelche größeren Löcher drin sind. Oh! Was hast du? Ich hab das Ding gegen den Schädel gekriegt. Heinz, du musst ein bisschen auf mich aufpassen. So, jetzt rückst du diesen Hebel nach vorne. Und dann gehen die Netze runter? Dann gehen die Netze runter. Okay. Okay, jetzt sind sie drin. Wie lange wartet man jetzt, bis man die Netze wieder hoch holt? So 15, 20 Minuten. Echt so lange? Ja. Oh mein Gott! Oh! So, da hast du deine Krabben. Ist das eine gute Ausbeute? Also ich würde sagen, für dein erstes Mal ist das okay. Okay, jetzt ist das schon mal was. So sehen sie aus, wenn sie noch nicht gekocht sind. Kaum sind sie gefangen, geht's auch schon in die Kochstraße. Was wir Krabben nennen, heißt in Ostfriesland Granat. Was? Ja. Hör auf! Aber was sind schon Namen? Schmecken müssen sie. Wow! Fass die Krabbe so an. Dann drückst du hier in dieser Krümmung, so ganz leicht. Ja. Hebst den Schwanz hoch. Ja. Drehst ein bisschen und ziehst ab. Okay. Und dann fasst du das Fleisch an und ziehst es raus. Oh cool! Die müssen jetzt alle gepoolt werden, ey. Die müssen jetzt alle gepoolt werden von dir. Kann man die nicht einfach mit Schale essen? Kann man auch. Das Meer war großzügig. Bei dem großen Fang kann ich mich doch im Hafen wieder blicken lassen. Danke, Heinz. Das war ein schöner Tag und ich habe jetzt noch eine Spitzenidee. Krabbenbrötchen, frische Krabbenbrötchen von Käpt'n van der Horst. Selbst gefangen und selbst gepoolt auch. Ja, ruhig hier mal beide. Das schmeckt hervorragend. Läuft ja wie geschmiert, Mensch. Und das letzte Brötchen, das ist für mich. Herzlich willkommen in Ostfriesland. Oder wie man hier sagt. Moin! 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 Und nicht Moin Moin, denn das ist Geschwätz. Hier trinkt man eine Menge Tee zu jeder sich bietenden Gelegenheit. Ja, morgens um sechs zum Aufstehen. Um neun zum Frühstück. Und immer wenn Besuch kommt. Und mittags auch. Und nachmittags. Und dann wieder zum Abendessen. Und zum Schlafen gehen. Das sind insgesamt 300 Liter pro Jahr, pro Ostfriese. Dübel normal. Das ist ne Menge. Ja, das ist ne Menge. Leuchttürme sind hier Filmstars, wie der Pilsumer Leuchtturm, bekannt aus den Otto Filmen. Kirchtürme sind hier Weltmeister im Schiefsein, wie der Surhusener Kirchturm. Und nicht die Türken, nicht die Engländer. Nein! Ihr seid die Tee-Weltmeister! Ja! Ostfriesland, ganz im Nordwesten Deutschlands, ist schon ein spezieller Fleck Erde. Mit durchaus ungewöhnlichen Leuten. Ja oder nein? Wenn ich kein Tee mag, kann ich dann trotzdem Ostfriese werden? Nee, dann kein Gammel. Hast du schon mal eine Krabbe aus Mitleid zurück ins Meer geworfen? Ja. Was denn für eine? Eine große Ältere. Ich als Ostfriese, darf ich mich im Watt beerdigen lassen? Nein! Der Rest von Deutschland hält euch ja für ein bisschen verrückt. Ist das ein gutes Gefühl? Ja, klar. Pilsum, ich kann nicht mehr! Ich kann's wenig noch gar nicht sehen! Den muss ich auch nicht sehen! Moin! 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 Wollt ihr auch zur Mondschau ein Pilsum? Modenschau? Das ist doch Frauensache! Sag das nicht! Das sind Topmodels! Und jeder Mann, der da hinkommt, bekommt einen Kuss! Na ja, man kann sich ja mal informieren auf der Modenschau, damit man Bescheid weiß! Jo! Damit man up to date ist! Wacht, Mannheim! Ist das noch weht? Achte den Kack hier! Wir machen eine Längsrunde! Wir haben doch kein Rad! Auße! Wir können nicht mehr! Na gut, ich auch nicht! Ah! Ihr wisst doch! Das Ausmölder Schmitz! Theater jedes! Ach, komm, schrei, Hals! Ist doch auch nur ne Lusche! Das hab ich gehört! Euch kenn ich doch! Ihr seid doch die Ostfriesen auf der Bank! Was macht der denn hier? Moin! Moin! Ich glaube es hakt! Wir haben Mittag! Wir machen Pause hier! Pause ist das für Emsländer! Aufstehen! Setzen! Aufstehen! Setzen! Aufstehen! Setzen! Aufstehen! Setzen! Aufstehen! Setzen! Aufstehen! Setzen! So! Jetzt braucht ihr ne Pause! Wo ist denn jetzt die Modenschau? Was denn für die Modenschau? Die mit den Topmodels! Hier gibt's keine Modenschau! Sogar keine Topmodels! Einzige Topmodel hier, das bin ich! Wer hat euch denn den Bären aufgebunden? Nee! Also Männer ist ne Modenschau und direkt hab ich jetzt nicht zu bieten, aber ich hab da hinten noch einen Panzer stehen! Und da müssen dringend die Sommerketten drauf! Ihr bettnässenen Oberluschen! Hehehehe! Puh! Moin! Morgen, Junge! Na, was trinken? Tee vielleicht? Tee gibt's im Krankenhaus! Hier hab ich nen ordentlichen Bullenschluck! Prost! Prost! Gut 30 Veranstaltungen macht Holger alias Ausbilderschmitt pro Jahr! Ostern geht's wieder los! Aha! Uh! Puh! Da schau, da geht's schon los! Flensburger, Jever! Das ist kein Fisch, ne? Das ist Bier! Jaja! Das ist kein Fisch, das ist Bier! Das ist ja ostfriesische Fisch! Hey, ganz blöd sind wir mir jetzt auch nicht! Tu das verarschen! Das ist wie im Bayern! Cool! Menschlich und humortechnisch scheinen wir ja mit den Ostfriesen schon mal auf einer Wellenlänge zu sein! Oh, das schaut schon sehr gut aus! Aha! Aber süß! Schau mal! Das Semmelbrötchen sagt man, gell? Krabbenbrötchen oder Fischsemme, mir egal wie's heißt, aber so hab ich mir das vorgestellt! Ich kann sonst auch noch einen Platten mit proben, aber dann hat ARD ein Problem damit unter sich! Auch unter sich! Weil du so gut reden kannst, du kannst mir sicher noch mal kurz beschreiben, wie denn der Ostfriesen so ist! Ostfriesen, entspannt, toll und der hätt gewaltig Durst! Durst hätt durstig, aber man kann hier wirklich echt Spaß haben! Also aus Friesland, geil übernichts! Ist so! Und ich kann jedem empfehlen, hier Urlaub zu machen und die Leute hier kennenzulernen! Geht auf die Leute zu, die sind af und toben, bad und verklemmt! Aber wenn man dann Lütt und Lütt miteinander trinkt, dann ist das hundertprozentig! Wenn man wen trinkt? Lütt und Lütt! Einen kurzen! Einen kurzen und ein Bier! Irgendwie hätt ich jetzt Bock mit euch zu boosen! Ich bin jetzt spannend! Wo seid ihr her seid ihr hier? Vollkommen! Vollkommen! Das ist so ein kleines Ort, sechs Kilometer von hier! Perfekt! Ah, ja! Oh, da ist das Ding! Da ist das Ding! Ah, weh zwick! Herzlichen Glückwunsch! Gut gemacht! Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch! Ihr habt euch sehr gut geschlagen! Das hat ja auch gerade der Kollege aus Vulkum gesagt! Also dafür, dass ihr noch nie vorher eine Bursenkugel in der Hand gehalten habt! Und habt euch schon sehr, sehr gut verkauft! Muss man tatsächlich sagen! Also das Talent ist da! Du hast eher als... Unverkennbar! Andi, das Talent schlummert in dir! Aber ich finde das ganz schön, weil es verbindet die Menschen da! Das war jetzt schon eine sehr freundschaftliche... Das ist aber auch wie bei jedem Kampf so! Also auch bei Vereinskämpfen! Dass man zusammen ins Vereinsland geht! Und dann sagt doch jeder... Also der Chef der Runde quasi... Stehen beide nochmal auf und loben sich gegenseitig! Oder sagt, was nicht so gut gelaufen ist! Das machen wir doch jetzt, oder? Und wenn ihr den Burselsport nach Bayern bringen wollt, dann haben wir hier einen Holzklot für euch! Der ist ein bisschen nass! Ach geil! Ohne Scheiß! Den dürft ihr jetzt mitnehmen! Das ist jetzt euer Holzklot! Geil, danke! Bitteschön! Ja! Leif Lü! Leif Keglis und Mäglis! Wir sind für euch zusammenkommen! Tut fairen Kampf hier, zwischen Team Boesle und Team Esens! Da wird ein fein Kampf! Ich habe voll gute Götze! Für das erste Mal, dass ich Claude in der Hand habe, gar nicht in der Bette! Also wie unten liegt es noch unterschrieben! Aber der Moby liegt es! Dann bedanke ich mich für den feinen Kampf! Mit dem Drefer Floy Ruth! Floy! Ruth! Floy! Gut! Gut! Danke und Prost! Prost! Auch wenn ich jetzt da nur die Hälfte verstanden habe, ist trotzdem klar, dass wir uns super verstecken! Wenn ihr versteht, was ich meine! Genauso wie bei Bayern sind die Ostfriesen ein besonderes Völkchen, mit denen man auf Anhieb klar kommt! immer direkt raus, unglaublich nett und ein Schalk im Nocken! Alter! Hallo Carmen! Hallo Lyko! Schön dich zu sehen! Fahr zum Kindergarten heute! Zum Kindergarten? Da musst du ja was mitnehmen! Ja, hast du Kinderwurst? Ja sicher Lyko! Meine schöne Tüte haben die Kinder mir gegeben! Ja Lyko, sowas muss ich ja auch noch haben! 2009 schon! Weil die hast du aber in Erden gehalten! Ja, muss ich ja alles von den Kindern! Bitte schön! Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Ja Lyko! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Dann muss ich sagen, dass wir etwas kriegen! Ja! Frau Janssen, was geht heute hier? Ja, ich kann den Aufschnitt! Ja, was geht heute hier? 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 Es ist auch immer gut, wenn man... Ja, es gibt noch ein bisschen... Ja! Aber ich muss das Wasser hier! Das ist viel Zeitung, haben Sie noch? Wenn der kommt, den mögen wir so gehen, dann nehmen wir! So, bitteschön! Bitteschön für den Welten Ehren! Ja, bitte! Danke! Wir sehen uns erst! Wird Dienstag! Ja! Tschüss! 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 Tag! Tag! Schaustür! Merk! Tag! 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 én! Dann riecht das bei mir! Dann riecht das! Tag! 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 Spass runter! Tag! 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 Tini Gersema hat gerade zum Mittag gegessen. Ihr Mann ist bettlägerig und auch sie selbst ist nicht mehr so fit wie früher einmal. Ich freue mich dann, wenn Carmen kommt. Ja, zweimal in der Woche. Und sie kommt hier im Rhein, das tut sie. Ja, sagt sie, ich komme rein. Da kommt noch ein bisschen Regen, ne? Ja, darum. Ja, nee, das ist ganz schön. Ich muss einen kurzen Moment sitzen bleiben, wir lachen immer. Dieses herzliche Lachen, das ist so spontan und dann hat man gleich wieder ein bisschen aufgetankt, auch wenn Akku vorher, ist er nun nicht gerade einfach. Wir schlafen ja nicht, sondern wir arbeiten ja. Durch sowas wird eben wieder schnell wieder aufgeladen. Es ist immer wieder eine Freude. Immer lachen. Richtig natürlich. Die Graf, die habe ich auch gelöst. Das sind drei Rippen. Soll ich die zusammenladen oder soll ich die noch regieren? Nein, bitte zusammenladen. Gott. Ja. Hallo. Moin. 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 Na, hat sich verlaufen? Ja, hat sich verlaufen, ne? Moin. Nein, ich muss, äh, Entschuldigung. Wie komme ich denn von hier nach Süderoog? Süderoog heißt das. Sehr gerne. Ich bin da mit einem Hagen Kluth verabredet. Mit Hagen? Sicher? Ja, sicher. Wieso? Was wollen Sie denn von Hagen Kluth? Friedrich Läufe, du hast ihm doch da letztens so Filme gebracht, ne? Ja, hab ich ja auch. Kann ich ja nicht wissen, dass er sich da noch wen bestellt. Ich hab dir gesagt, er vereinsamt da draußen. Puh. Aber mich will er ja nicht, ne? Entschuldigung, kurzen Moment. Ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis. Ich bin Journalistin, nicht Prostituierte. Ja, also, äh, ich will einen Artikel schreiben über Hagen Kluth und ich müsste jetzt dringend nach Süderoog. Das ist schlecht. Wieso? Ja, das ist Ebbe. Das siehst du doch. Da kann ich dich doch nicht nach Süderoog fahren. Und wann können Sie wieder fahren? Wenn wieder Flut ist. Und wann ist Flut? Ja. Da, wo einer nicht aufgepasst in der Schule war, in vier Stunden ist wieder Flut. Vier Stunden? Äh, aber was soll ich denn so lange hier machen? Ja. Da sag ich zu Piet, Piet sag ich, Piet, Piet, der Dorsch ist überfischt. Dann hat er genau so gesagt. Jetzt wollten wir das ja gar nicht wahrhaben. Aber das war so. Der Dorsch war schon überfischt. Er war überfischt, so. So, da können wir los. Die Flut ist da. Ich komme. Toi, toi, toi für den Dorsch. Bist du denn auch seetüchtig? Jetzt bring ich hin. Ich hab grad vier Stunden die Geschichten von Piet und Helge ertragen, ohne zu kotzen. Oh, wow! Oh, mein Gott! Ui! Ich glaube, Ihr Boot ist kaputt. Sonst hätte mein Körper nicht so darauf reagiert. Ganz langsam. Na! Bitte hier. So. Wo wohnt jetzt dieser Herr Knut? Na ja, hier, ne? Da ist nicht so groß. Das finden Sie. So. Hä? Ha? Ah! Aaah! FEMA! pupa! Oder? Nein! Aaah! OK! Ah! Oh Oh But I'm the size me Nur einen Steinwurf von der Hafenmauer entfernt, direkt am Deich, ist er aufgewachsen und hier wohnt er bis heute Das ist Heimat Also ich kann mir das nicht vorstellen woanders zu wohnen Wenn ich im Urlaub fahre, muss ich immer ans Wasser und ich denke immer an das Wenn ich hochkomme, erstmal gucke ich Wasserstand Wo kommt der Wind her, das sehe ich da an den Windmühlen Oder an den Flaggen, die da wehen Welche Kutter sind draußen, welche nicht Ja, was ist hier los am Hafen Wer läuft hier rum Ist da noch jemand, wo man kurz mit schnacken kann oder so Also eigentlich besteht bei mir das Eigentlich nur hier aus dem Hafengelände Und wenn die Leute, wenn ich dann auf der Fähre arbeite die Woche Und wenn die Leute morgens zur Arbeit gehen Ob das jetzt halb acht ist oder sieben Sie fahren alle zum Hafen Drehen eine Runde und fahren dann zur Arbeit Kommen sie wieder um vier Fahren sie wieder zum Hafen Drehen eine Runde, gucken, ob alles in Ordnung ist Und fahren dann nach Hause, wo ihre Frau Ja!